Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge ARK SURVIVAL EVOLVED. Mit dabei ist wieder unser fellbesetzter Schmeid. Hallo. Und, seht ihr schon im Hintergrund? Wir steuern auf die Vulkaninsel zu, endlich. Ja, das ist unser nächstes Ziel, deswegen. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ich muss kurz mich umziehen hier, die Gilly Rüstung, weil ich denke, das wird eine heiße Angelegenheit. Da werden wir jetzt schwitzen, schwitzen kommen hier, ja genau. Oh. Ah, schaut schon schön aus. Ja. Die rosa Wölkchen. Ja, genau. Ja, wir haben die Eule mitgenommen für Luftaufklärung und unsere zwei Wölfchen haben wir dabei. Genau. Für ein bisschen Ketienfarmen. Flauschi. Flauschi Bella und die Böse, genau. Leider, leider ohne Pärchenbonus. Ja, aber wir machen das trotzdem. Schauen wir mal. Dennoch. Oh, schaut's schön aus hier. Ja, echt gut gemacht hier. Ja, schön gemacht. Ich weiß nicht, soll man zu der Insel da vorne gehen und von da aus dann irgendwie... Ne, gleich rechts, oder? Gleich rechts. Oder wenn mir da angefallen... Hm, ich weiß es nicht. Ich küsse aus dem Balance. Ich weiß es auch nicht, ja. Weißt du, das nächste Mal könnte man noch ein paar Spikes aufs Boot klatschen. Und dann ist immer der Rampok. Ja. Schön. Oh, hi. Rika Lodon. Schön, schön. Aber ich fahr mal Richtung Spiefel. Da ist, glaube ich, zwar so heiß. Äh, ich zieh mir mal meine andere Rüstung an. Okay. Fletter. Klar. Oh, das Boot ist, äh, das Bett ist gedamaged hier. Ja. Wer zerstört denn hier Betten, ey? Haha. Und wahrscheinlich von der Ritter rum. Wen hast du denn eingeladen? Zu dir? Oh, die Nacht war ganz wilde. Haha. Braucht man denn dafür? Fasern, Stroh, oder? Und Holz. Okay. Haben wir kein Holz. Cool. Im Lagerfeuer hin. Wollt kann man nicht. Doch, im Lagerfeuer haben wir, ja. Bisschen was. Ha nicht mal so viel. Uiuiuiui. Oh, hier ist überhaupt nicht tief, ey. Hier kannst du warten. Ja. Ja, das stimmt. Eine Wattwanderung kannst du da machen. Ja. ja ja gut sechs uhr morgens noch alles in bester ordnung was ist da das sind die hübschen triceratops also die farbgebung das ist ja die glaube ich von denises und so das ist schon ziemlich cool die hätten wir uns schämen müssen was kämpft denn da steg oder ich weiß nicht ach so ein komischen dann kannst du mit dem schwer beballern dann kann man schon mal steht ihn der ist gleich kaputt und was muss oder oder was ist das nämlich galania was ist da links was ist denn das was denn ein velonasaurus ach velonasaur ja da müssen wir aufpassen weil wenn das uns mal beballert dann geht es uns schlecht ok ist schon megalania da oder das was die triceratops jetzt gerade umgebracht haben also rechts von hier ist noch genau das ist das megalania also das links links und hier liegt am strand ach so was ist denn das ja oder megalania gift nehmen wir mal mit du hältst hier ausschau ja ja durch die kurs million aus 85 das nehmen wir nicht aber cool dass es die hier gibt so hübsch aus ja da brauchen wir auf jeden fall auch eins da schießt die galania gifte ha da sind die spefelsenke schon also am besten wir Wir landen hier einfach. Ja. Passt. Schön. Ups. Boah. Brauche ich auch schon einen Kleindar hier. Ja, Euli. Bist du auch aufgeregt? Ja. Sind wir alle aufgeregt. Dann sollen wir die Wölfe rausholen? Ja klar, ey. Oh, klettern. Da drüben ist er. Ganz alleine. Wer denn? Vilonasaurus. Mehl. Ein Männchen. Ölpack. Das war, da. Den hol ich mir. Danke. Ein Öl bekommen. Yeah. Haha. Jetzt kommt halt Richtung zu uns. Das müssen wir wegnasteln. Ja, ja. Das ist Felona. Wo bist du? Oben auf dem Boot. Ich hole jetzt mal schnell unsere Viecherle. Da kommt's. Ja. Gut. Ich bin mit meiner Gülle Rüstung hier. Im getarnt Modus. Ja. Hier. Der erste Wolf ist draußen. Hey. Komm näher und zum Reiten. Okay. Okay. Muss mal aufpassen. Wenn die schießt, die macht viel Schaden. Und Alosaurus ist hier. Oh. 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 Da lebt er noch. Ups. Na ja. Dann lass ihn. Lass ihn. Da ist noch ein Vilona. Stopp mal. 85er. Und pass auf, so kleine Krabbelpfehlungen. Hier. Oh. Das bleibt schon Sand. So schöne Tiere. Hey. Was war das? Eine Ameise. Hallo. Hui. Ist da vorne hier. Okay. Kennt Rosaurus 145 Mail, aber der ist gleich kaputt. Oh mir ist heiß. Ja ja. Hier ist warm. Ja. Mir ist heiß hier. Könntest du mal schauen, ob man da. Kannst du da was ablaufen? Ja. Schwefel und verflüssigtes Gas. Mit der Hacke kriegst du mehr, glaube ich, Gas raus. Müssen wir nur aufpassen, weil es ist echt warm. Ja. Meiner, meiner Grunds schon. Ah. Verflüssigtes Gas. Ja. Das habe ich auch nie gesehen. Ich auch nicht. Oh Gott, ich bin schon voll voll. Warte, ich kann was nehmen hier. Ich bin schon auf der Bösen. Schlitz mal kurz zum Boot zurück und lagert es da. Was hier blubbert? Oh, ein Agentar ist es hier auch. Was haben wir für ein Agentar? Ist das eigentlich ein Männchen oder ein Weibchen? Ne, ein Weibchen. Hm. Das hier ist 135 Female. Na. Sie schauen so cool aus, die Tricera Tops. Was? Mhm. Tritera Töpse. Töpse. Ähm. Ähm. Da ist mein Wolf noch aus. Ups. So. Einen Alosaurus habe ich hier auch, ähm, abgebaut. Ah ja. Schadet nix. Die Velonasau haben die kaputt gemacht. Ja. Die sind echt schön. Die kamen mit Extinction. Die sind echt schön. Die kamen mit Extinction. Ja. Ein Pärchen. Hm. Natürlich von allen. So. Dann reisen wir mal weiter. Ja. Einziger Nachteil bei denen, ich glaube, die können nicht springen. Ja, das macht nix. Boah, mir ist schon wieder heiß. Ja, mir auch. Ah ja, hier ist schon wieder besser. Ah, Agentavis. Kennst du den schon? Nee. 145er Mail. 145er Mail. 145er Mail. Ja, I need. Ja. 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 Dann bauen wir hier mal was auf, oder? Ja. Ach, hier kriegt man Holzkohle aus den Bäumen raus. So drei auf zwei, ne. Genau. Ah, hier kriegt man Holzkohl aus den Bäumen raus. ah nee dafür kriegt man aber kein stroh dann gibt es hier kein stroh doch doch okay ich mache sechs boden plattformen dann das kleine dino gehege dinotor sechs schräge dächer genau und genau wände brauchen dann 136 12 zur tür rahmen mehr stein bitte wieso will ich immer reiten hier also erst das sind auch am boden die kam auch die geben auf das spiel argentavie unser cooles cmg jetzt noch optimierter verbesserte rezept die formel genau einiges an mats sind es also ich war nur dann okay einfach mal pauschal wieder von allem angst haben er hat den kurs entdeckt und bekämpft es ja aber er gewinnt ja tornis gibt es hier auch die machen doch okay mach du weiter bitte ja warte mir schon wo ist das türrahmen in der bärchen wieder falsch hingebaut 140 super machst du echt cool da bleiben keine wünsche offen bei dir hoffentlich passt es so oder hätten uns noch eins länger bauen müssen ja ja genau bin schon dabei hier ja genau super und schon drei länge oder 1 und 4 4 länge wasser vielleicht ist die schnelle silizium perle ums eck die winkte zu hier bin ich brauchst du noch irgendwas oder schauts gut aus natürlich noch steintreppen hier genau auch am eingang kannst du welche hinbauen ja gute idee jetzt wo du sagst macht das sind unsere wölfe stelle ich ein bisschen weiter weg was ist da und nein erkennst du meinen fehler ja du hast zu nahe gebaut ja dann baue das dach halt eins niedriger ich weiß schon wie ich weiß schon wie um habe ich gedacht warum wird es noch eins länger ja genau wir sind halt die chaos bauer ich sag sie immer wieder mit mir bleibt halt einfach immer spannend hier mal die auch an insel schön ok dann hole ich mir da vorne ist oder auch betäubung betäubungspfeile hier ja ok 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 ist richtig gemacht ja so ein schöner hier ja was schießt du ich noch mit meinen ich habe die darts noch an gelassen so iguana rum gehen sie bitte vorbei ja ja könnt ihr da mal gehen ist wie es ist ist es schon auf der flucht aber schaut schon gut aus so ein schöner nein 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 hallo er fluttern wild rum ja ich schaue noch mal nach oder ja mach einmal mag unser zehn gehege das auch gut liegt das schon wenn man nutzt so nee wenn du zum boot schnell gehst so ich glaube zwei philipp reichen nicht schön dass es regnet ein bisschen gewitter so ein sommer gewitter hast du ja gleich ist lustig im haus regnet es nicht hast du normales fleisch auch ja hier regnet sich jetzt normales haus hier cool das war der schutzeffekt da ist da hört man gar nichts vom regen man sieht nichts man hört nichts wer kommt denn da so schmeißen wir mal rein na ja dankeschön ok dann unser nächstes opfer schau mal nochmal wie warm es da vorne ist 67 grad ja das ist schön ja da würde ich auch schwitzen 67 ich glaube ich werde da brutzeln was macht man mit dem gas ich weiß es nicht verflüssigt das gas hier aber es ist nicht in jedem stein drin ja so vielleicht kann man da so ja ich weiß es gab doch mal bei extinction so gasback teile aber dann aber da braucht man den gasback beutel glaube ich oder vielleicht gibt es hier gasbacks ja ich weiß es gibt es sonst keine karte wo es gasbacks gibt es in genesis irgendwo gasbacks gasbacks die sind so süß gasbacks ja schau wir mal wie es ihm geht hier ja gut gut soll man das iguanodon auch gleich mitnehmen geht es auch mal ein iguanodon ja für unsere arke noah arke noah ja unsere arke barke kentrosuchus level 135 saurus kentrosaurus der im wasser steckt da halb naja ich weiß es nicht der iguanodon der kann doch irgendwie aus pflanzen samen machen oder ja das braucht man nicht aber für unsere arke barke noah barke barke und so ein security bierkeller ja genau unser gehege wird zu klein sehe ich jetzt schon wenn wir auch demnächst vergrößern müssen wenn es weiterläuft schön bei der eule ging es so schnell ratzifatzi und hier die agentar wisse die kennen nix das ist echt mal ein schöner iguanodon musst du dir das pflanzenfresser gell er eier mein gott ja das brauchen wir erstmal kiebel bevor wir denn wieder abgehen ich mag keine pflanzenfresser zähmeln ohne kiebel ich weiß wie lange das dauert hier ja bisschen wie scorched earth erinnert mich das an hier ja hier glaube ich sehe ich kaktien da hinten naja stimmt ja braucht man dann wenn man uns an uns das handhaus bauen wollen ja wenn unser leben haus ja ja klar sonst quatscht teil raum für dass das so viel los weiß jetzt gar nichts mehr los ne richtig ne die haben jetzt angst vor uns die oh ne jetzt sind die auch hier wer dann hau mal lieber ab ja schön so einmal fressen noch ne zweimal achso was ich wenn ich in stimmbären gibt dann kriegt er schneller hunger oder ja ich weiß es nicht wenn er ist dann die effektivität ja 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 ich stimmt ich weiß es nicht ja doch doch aber jetzt ist er gleich nochmal und dann weil zu not den iguanodon können wir reinlocken geben ihn bären ach ne hat er doch schon super jetzt können wir uns verabschieden danke euch fürs zuschauen dankeschön viel spaß gemacht wir haben echt einen schönen agentar wie es gezähmt ja ja jetzt hat er die eule überholt mit ein aussehen bei mir in der rangordnung dieses rote von dieser insel das schaut halt auch echt hübsch aus ja und dazu blaue federspitzen bei den flügeln echt schön so viel farben lasst einen daumen nach oben da wenn euch das video gefallen hat abonniert den kanal damit ihr nichts mehr verpasst wir freuen uns immer drüber ja das ist die vulkaninsel wir sind endlich angekommen ja und waren schon erfolgreich ja hey fast wärs ums zehengehege geschehen aber mir ist das richtige noch eingefallen dachte schon ich muss wieder alles abreißen nee schade gewesen aber nun ja 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 schlecht gedacht nicht immer ja lasst es euch gut gehen bis zum nächsten mal tschüssi euch tschüss 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 zu